Zurück bei Super Smash Bros. Online. Eins gegen eins. Heute nehmen wir nur einen Charakter, der vorgeschlagen wurde. Und das ist Kirby. Kirby, frisch aus Dreamland. Weil der ist so pink und der suckt so viel. Er ist praktisch der König, der Gaylord. Aber er kann eine Menge reißen, wenn man gut mit ihm ist. Und das bin ich nicht. Aber das interessiert ja auch keinen. Wir wollen Gameplay sehen. Von dem Typen, der verliert. Also mir. Luigi. Selb. Okay, er macht einen auf Dödelmann. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen hier den Fluppdiwuppdi. Und greifen ihn einfach. Damit er hier so richtig schön penetriert wird von uns. Ja, komm. Luigi, wo ist deine Power? Ey, Luigi. Der macht hier so, der krass, der macht hier so krasse Luigi Moves. Ja, so. Jetzt machen wir den Dreher. Und dann kicken wir die Seele aus dem Leib. Und jetzt greifen wir ihn und fliegen so ein bisschen. Ja, ich versuche jetzt hier gerade ein bisschen auf Abstand zu bleiben. Weil Luigi, der ist so krass. Der ist so ein krasser Ficker. Der backt die Pizza wie kein anderer. Oh, shit. Oh, shit. Ha! Getroffen, du Arsch! So, mal gucken, ob er gleich rausfliegt. Oh, er macht den Sprinter. Er macht den Renault Sprinter. Nee, nee. Schiss. Luigi. Das war aber nix. Können wir noch mal zacken? Ich will ihn mal zacken. Oh, wieso mach ich nix? Ich wollte ihn zacken. Ey, nee. Der wollte gerade seinen verkackten Superjump machen, aber das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Und machen hier so ein paar freshe Aerials. Um ihm mal so richtig hier den Arsch zu massieren. Ja, hier, hier. Das ist der richtige Dreher. Oh, shit. Oh, er hat uns mit seinem Kopf gehänzt. Er hat uns mit seinem... Er spottet. Naja, okay. Das lasse ich nicht. Das zählt nicht als spotten. Das sehe ich ein. So. Und dann machen wir den flotten Dreher. Und kicken ihn in der Luft so oft, bis er kotzt. Ja, komm, Luigi. Wo ist deine... Wo ist deine Arschkraft? Wo ist deine Arschenergie? Du kannst mich nicht lecken. Ich bin Kirby. Jetzt wird gesackt. Oh, wer hat jetzt die Feuerbälle? Ich! Und ich sprint in dich rein. Wie so ein Pädophiler. Hör auf Feuerbälle zu. Ja. Ja, wo ist Luigi? Ja, der macht die ganze Zeit nur so einen Scheiß. Und wir nicht. Wir machen hier qualitativ hochwertigen Kampf. Oh, tot? Ja, tot, ne? Lalalala. Lalalala. Wir haben ihn kopiert. Hart. Wir haben ihn hart kopiert. Wir haben ihn praktisch gescannt. Kopiert. Steuerung C. Steuerung V. Wir haben ihn kopiert. Wir haben ihn einfach eingesogen. Eingesogen. Wie nichts anderes. Und dann haben wir seine Mütze geklaut. Weißt du, wir sind so ein kleiner Pole. Kirby ist ein kleiner Pole. Der klaut. Und das finde ich geil. Weil der Gegner dann einen Harten kriegt. Okay. Jetzt Sirius. Sirius Business. Gelber Kirby. Gegen Luigi. Schon wieder. Mal gucken. Mal gucken, wie wir ihn zacken heute. Ha! Du dachtest wohl, du kannst mich lecken. Ja, das war nix. Das war nix. Und er fällt. Er fällt in den Tod. Er fällt in den Tod. Weißt du, er dachte sich so... Er hat erst so ganz normal gekämpft. Ne? Er hat ganz normal gegen mich gekämpft. Und dann dachte er sich irgendwie so, warte. Gerade war doch noch pink. Und dann dachte er sich, scheiße! Ich hab ne Zitronenallergie! Da hilft nur Selbstmord! Also wenn wir den jetzt hier nicht zacken... Ja, hier, jetzt wird gesackt! Oma! Doombi, Doombi! Oh! Oh, wir haben den mit ihr Ohr ausgepackt! Hammertime! Oh, Hammertime! 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 Du, 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 du... Ey, wieso hat der nix gemacht? Wollt ihr sich umbringen lassen, oder was? Hier, Hammertime! Tschüss! Der wusste, dass er keine Chance hat. Der hat sich umbringen lassen. Wahnsinn. Der hat aufgegeben. Der hat Panik gekriegt. Der hat panische Panikattacken gekriegt. Der hat gesehen, Oh nein. Gelber Kirby. Gelber Kirby auf 6 Uhr. Ich muss mich opfern für die Menschheit. Ich bin zu schlecht. Der gelbe Kirby ist einfach zu gut. Na, das ist er auch. Und jetzt spielen wir gegen Job Suchtinen. Das ist Job Suchtinen. Das würde auf seinem Aufweis stehen. Aus seinem Ausweis von dem Spieler da steht, Job Suchtinen. Weil der Nachname immer zuerst kommt. Versteht ihr? Ja, versteht mich. Rosalina? Die treffe ich so selten wie mein Udo in der Hose. Die macht den Zucker Move. Die macht den Mark Zuckerberg. Ja, tschüss. Tschüss. Wieder sterben. Na, wir sind hartgekombot von Kirby. Oh, jetzt werden wir hartgekombot. Oh, holy shit. Ich habe sie mit in den Tod gerissen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, ich will sie mal sacken. Ey, hör auf. Oh, das wird Kneif. Er hofft nicht zu penetrieren. Ey, das gibt's nicht. Gerade waren wir noch so gut. Naja, eigentlich haben wir uns geopfert. Hier, zack. Ich selber mal einen Schlag. Oh. Oh. Wir sind tot. Wir sind hart gestorben. Wir sind tot. Wir sind so tot. So tot war noch keiner. Naja, man kann ja nicht immer gewinnen, ne? Kann man ja nicht immer. Kommt mich nicht so an. Ich bin Noob. In dem Game. Nicht. Okay, dann würde ich sagen, das war Kirby. Und ich hoffe doch, dass noch weitere Charaktere folgen. Denn das Spiel ist geil. Und ich auch. Und damit verabschiede ich mich recht herzlich.